Wir haben unsere Delfine, das sind zuallererst einmal Chicky. Chicky ist unser Reichen und ich habe noch zwei Jungs und zwar von unserem Angel, der ist vor kurzem sieben Jahre alt geworden. Und auch wenn wir dann ein Lettel kennen, das ist der Sequel. Wir sind natürlich hier in der Natur zur Welt gekommen und aufgewachsen. Ich denke, das ist ein großer Applaus. Unsere Delfine sind große Tümbler. Auf Lateinisch heißt diese Art Tursiops truncatus. Sie ist mit etwa drei Metern Körperlänge eine der größten von insgesamt 33 Delfinarten. Der große Tümbler lebt in allen Weltmeeren und kommt dort in Kälzeln bis zupfischen Gewässern vor. Und er wird auch als meiste Art in Delfinarien gezeigt. Zusammen mit den Walen und Seekühen sind sie die einzigen Säugetiere, die ihr gesamtes Leben im Wasser verbringen. Trotzdem haben sie auch keine besondere Scheu vor dem Trocknen. Ja, oft lassen sich Delfine ganz bewusst an Land spülen, um dort Fischschwärme in die Falle zu treiben und so sattelbe Leute zu machen. Delfine haben sich sehr gut an das Leben im Meer angepasst, was man vielleicht auch an ihrem Körperbau erkennen kann. Statt Feinern oder Asen haben Delfine nämlich kräftige Flossen entwickelt. Dabei dient die Brustflossen, die auch Flipper heißen, vor allem der Steuerung, weshalb sie auch so beweglich sind. Während die kräftige Schwanzflosse, die auch Flucke genannt wird, den Delfinen als Antrieb im Wasser biebt. Mit dieser kräftige Flosse ausgestattet schaffen, ist die Delfine bis zu 50 Stundenkilometer schnell zu schwimmen. Also auf die Plätze, fertig und eine schnelle Runde bitte. Super, Dankeschön! Natürlich müssen Delfine als Säugetiere auch Luftarten wie wir, denn sie besitzen Lungen, keine Kiemen. Und dafür ist die Nase bei ihnen praktischerweise oben auf dem Kopf zu finden. Ja, und diese Nase nennt sich übrigens auch Blastloch, weil man das kräftige Ausatmen eines Wals oder Delfins schon aus großer Entfernung hören kann. Die Delfine zur Kommunikation benutzen werden alle durch das Blastloch produziert, denn Stimmbänder besitzen sie nicht. Vielen Dank! Applaus 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 Ja und wenn Sie jetzt genau hinschauen, liebe Besucher, unsere Delfine zeigen es Ihnen einmal. Unten sind sie weiß, oben grau. Ja sowieso einfach wunderschön. Ja und hier haben wir nun schon drei glückliche Kinder ausgewählt, die jetzt einmal die Chance bekommen, einen unserer Delfine zu streicheln. Ja, und ihr drei, ihr erzählt bitte hinter euren Eltern ganz genau, wie sich so ein Delfin angefühlt hat, okay? Gut, dann kommen wir mit mir mit. Gut, dann kommen wir 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 mit.